Servusle meine Lieben und herzlich willkommen zu unserer Daily Dosis Arc mit dem Voucher, mit dem Alderle und natürlich mit euch. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Bevor es bei uns wieder auf Tour geht, die nächste Adventure-Tour wird sehr interessant werden, möchte ich noch zwei Projekte so ein bisschen vorantreiben. Zum einen die Hochebene vom Turm. Ihr wisst ja, dass ich oben Terrarien und Aquarien unterbringen möchte. Da werden wir uns heute ein bisschen mit beschäftigen. Parallel dazu bauen wir Gemüsekuchen, damit wir die Schnecken holen können. Wenn dieses Doppelthema so weit unter Dach und Fach ist, geht es für uns in die Wüste. Ich nehme mal an, die nächsten zwei, drei Folgen wird es soweit sein. Und dann möchte ich Wifern-Eier klauen. Uns fehlt ja immer noch einer. Und ich habe mir überlegt, das wäre doch spannend, wenn wir uns ein Bloody-Wifern aus dem Ei rausziehen. Das heißt, erstmal müssen wir das Ei klauen. Dann müssen wir Primal-Kristalle besorgen. Dann bauen wir uns schön was auf an der Wüste. Und dann gehen wir mal da in die Höhle des Löwen, hätte ich fast gesagt, in die Höhle der Wifern, der Higher-Wifern. So, meine Lieben, ich habe es natürlich angekündigt, ich habe hier alles umgezogen tatsächlich. Es war sehr zeitaufwendig, aber bei einer Kanne Kaffee ist das alles recht gut geflutscht. Wir werden hier nur noch die Schmieden abbauen. Es ist alles leer, es ist alles drüben. Ich zeige es euch gleich, wir gehen gemütlich durch. Dann bauen wir Stimulantien für unseren Gemüsekuchen, dass wir vielleicht heute die Schnecken noch holen können. Und während das alles gleich durchläuft, gehen wir her und bauen die mittlere Ebene vom Turm auf. Ich habe da eine Idee und will gucken, ob ich die umsetzen kann. So, ein letztes Mal wahrscheinlich hier springend Wasser kohlt. Und wir müssen uns drüben dann tatsächlich, wenn der Kochtopf so weit ist, auch noch was aufsetzen. So, pass auf. Ihr seht auch, es ist alles leer. Ich habe alles weggeräumt, dass ich mehr oder weniger super flexibel mein Zeugs besorgen kann. So, mein Diggerler, jetzt gehen wir erstmal rüber. Wir gehen natürlich durch die Orangenallee. Willst du mit rüber? Ne, du bleibst erstmal hier und passt auf die Dankbietel auf. So, Leute. Jetzt gehen wir rein. Die Stegos habe ich schon mal da hinten abgestellt. Die sollen von mir aus da hinten so einen kleinen Teilbereich haben. Vielleicht holen wir uns da noch irgendwann was dazu. Müssen wir mal gucken. Ah, schön. Ich hoffe so sehr, dass das von der Performance jetzt schlimmer wird. Also, solange es ingame einigermaßen geht, bin ich zufrieden. Ah ja, da muss ich noch einen Unterbau dran machen an dem Tor. Alles klar. So, Leute. Hier geht es jetzt praktisch los. Also, da drüben haben wir ja schon zusammen aufgebaut die Eco-Mod Benches. Da habe ich jetzt hier mal den Sattel dazugehängt. Das ist tatsächlich ein, so ein Storage für Sattel. Hier ist er. Ich wollte gerade sagen, meine ganzen Sattel sind weg. Hat sich ja super gelohnt. Ne, hier ist es natürlich. Da kann man also solche Teile bauen. Da werden wir bestimmt das eine oder andere noch dazuhängen. Ansonsten, die Küche haben wir ja gemeinsam aufgebaut. Hier sind nur zwei Lampen dazugekommen. Genauso wie drüben. Ich finde die Lampen unheimlich stylisch und schön. Den Grill habe ich schon mal angeschmissen, dass unser Alter genug Fleisch hat. Das läuft hier durch wie nix. Guck mal. Ich habe ein Tausender Stack Fleisch rein. Aus dem Futterdruck gezogen. Bams. Ansonsten hier habt ihr schon mitbekommen. Hier sind jetzt die Eier drin und unser Zeug. In der Mitte kommen dann die Gläser rein und die Potts. Also alles, was man nicht irgendwie essen kann oder trotzdem irgendwie da rein gehört, finde ich. Und hier natürlich unser Zehnfutter. Ansonsten ist hier alles noch unverändert. Jetzt müssen wir mal gucken. Damit fängt es nämlich an. Wir brauchen für Gemüsekuchen. Ich kann den wahrscheinlich jetzt noch nicht bauen. Ich hätte ja gerne schon mal 50 Gemüsekuchen. Da fehlt mir Harz, Karotte, Kartoffel, Mais. Kann sein, dass die Workbenches zu weit drüben sind. Vielleicht hätte ich sie hier aufbauen sollen. Aber ich laufe ja auch gern durch meine Base. Also ich habe damit kein Problem. Längere Laufstrecken. Ich habe ja Zeit. Ich spiele es ja mehr, damit ich habe im Singleplayer als Sandbox. Da hast du Zeit und Lust. So, ansonsten hier ja die Nutztiere. Die habe ich jetzt mal in das Eck verfrachtet. Da müssen wir mal gucken, dass wir noch ein paar Bienenstöcke dazu holen. Unsere kleinen Clothels, die sind aktuell hier drin. Und jetzt kommen wir in unsere Werkstatt. Da war der auch dabei. Ich habe jetzt mal so eingeräumt, dass wir hier im Chemielabor... Ah, siehste. Da wollte ich jetzt mal ganz kurz gucken. Ich muss erst mal die hier machen. Machen wir mal 500. Oder 509 ist ja wurscht. So viel können wir eh nicht machen. Jetzt ist die Frage, brauchten die... Wisst ihr das? Das könnte man ja nicht antworten. Ich frage halt immer. Pass mal auf, ich nehme mal ganz kurz die Square Foundation Teile und die Triangle. Ich weiß nicht mehr, ob der mit Dings war, mit Strom. War der mit Strom? Wenn wir jetzt gleich sehen. Hier geht man noch nix. Es kann sein, dass ich noch ein Outlet bauen muss. Ich schaue mal, ob ich die Matz habe. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob der Strom braucht oder das hier. Zur Not haben wir ja beides. Ich baue jetzt trotzdem mal ein Outlet hier hin, wann ich noch eine bauen kann. Electronic fehlen uns drei. Das sollte man aber eigentlich haben. Verbundsmaterial. Drei Electronic. Also der funktioniert auf jeden Fall schon mal. Aber es kann auch sein, weil schon wieder Benzin drin ist. Da war eins der Tools, wo ich mir nie sicher war. Bis heute nicht. Jetzt soll ich mal rausfinden, ob es das Chemielabor war. So, ich baue mir ein Outlet. So machen wir das jetzt. Dann kommen wir nämlich überall heute ein Stück weiter. Das wäre schon eine coole Geschichte. Hauen wir die mal auf die drei. So. Betriebsbereit. Also. Hä? Ne, 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 ne. Der ist doch nicht betriebsbereit. Also muss Benzin rein, oder? Ich nehme es an. Ich weiß das als die längste Zeit nicht. Jetzt machen wir es mal so. Ich haue das mal darüber. Dann müsste ja nochmal das Ding kommen. Ja, der braucht Benzin tatsächlich. Wusste ich gar nicht. So. Wie nur 62. Ich will mehr. Feuerstein fehlt. Ach ja, der bollert das durch. Jo, das passt. Das passt übrig. Jo, alles klar. Alles klar. Alter, geht er ab. Und ich brauche Stimulantien. Deswegen habe ich es jetzt gemacht. Jetzt habe ich den August gestalten. Aber das reicht ja erstmal. Wir müssen ja nicht alles verbollern. Stimulantien brauchen wir. Wie viel? Machen wir auch mal 100. Okay, dann müssen wir die Bärchen holen. Und die sind entweder im Stego draußen drin. Oder aber tatsächlich drüben im Fium. Ja, müssen wir kurz gucken. Das habe ich mir heute fest vorgenommen. Dass wir das ein bisschen zusammengruscheln. Während es jetzt gleich die Stimulantien durchhaut. Und den Kuchen gehen wir hoch. Machen die Hochebene. Und da haben wir alles fertig. Und dann gehen wir rüber. Teleporter sitzt ja im Westen. Und dann können wir, wenn wir wollen, die Schnecken holen. Gehen wir kurz zum Fium. Ja, pass auf. Ist doch kein Problem. Brustus, ich glaube alles, dass du mich kurz rüberbringst. Sonst laufe ich heute den ganzen Tag hin und her. So Scheißerle. Zeige mal. Hier ist genug drin. Hast du auch noch welche? Jo, die reichen doch normalerweise, oder? Hier habe ich die jetzt mal still gelegt. Die brauchen wir ja jetzt nicht unbedingt. So, mein Lieber. Gucken wir mal kurz. Du hast es ja, glaube ich, gar nicht so genau gesehen. Hier alles. Wo bin ich denn hier hin? Also was? Du verwachst mal den Hinterausgang hier. Dann hast du auch gleichzeitig ein Auge rüber auf die Nutztiere. So machen wir das. Du musst sie immer einspannen. Du musst sie immer einspannen. So, meine Lieben. Jetzt sollte das normalerweise kein Problem sein, dass wir uns ein paar Stimulantien bauen. Reichen ja 35. Guck mal, wie schnell das Zeug durchflipst. Jetzt gehen wir den Gemüsekuchen gleich in Auftrag. Haja, das ist halt schon geil, weil der macht ja gleich... Heyo, das langt uns übrig. Da kommt Freude auf. Der funktioniert jetzt aber nicht, wenn kein Benzin drin ist, oder? Scheinbar, oder? Es ist noch ein Rest Benzin drin. Auch das, wenn wir rausfinden. Ich glaube, es war tatsächlich das Chemielabor, das so rumgezickt hat. Ist das nicht schön, wenn du jetzt hier rumläufst mit den Lichtern? Da drüben die grünen Kübel. Der Grill läuft. Ich mag das sehr. Jetzt pass auf, jetzt sind wir mal sehr gespannt. Ich hau mal die Stimos rüber. Gemüsekuchen. Wie viel könnte ich jetzt? Wasser fehlt noch. Das müssen wir noch holen. Also wir holen jetzt noch kurz einen Schwung voll Wasser, ein bisschen Holz und dann haben wir es doch schon. Und da habe ich ja extra Gläser gemacht. Die nehmen wir jetzt alle rüber. Das hole ich jetzt komplett einmal ab, das Wasser. Nehmen wir uns einen Vogel. Nehmen wir uns einen Vogel. Geht es schneller. Ich muss halt noch für uns Wasser hochlegen. Damit wir da auch entsprechend... Komm, wir nehmen mal den kleinen. Den habe ich schon ewig nicht mehr genommen. So. Also keine Angst. Ich habe jetzt zwar einiges vorbereitet, aber bewusst manche Sachen nicht, weil ich einfach das auch brauche, gerade wenn ich eine neue Session starte, dass wir gemütlich uns reingruschen. Und das ist perfekt sowas hier. Komm, wir nehmen. Ich kann das natürlich auch hier oben. Komm her. Wer weiß, was da unten los ist. Wir wollen doch Friede, Freude. Ah ja, Kuchen. So. Jetzt haue ich das hier rüber. Dann nehme ich das wieder raus, wenn es voll ist. Schwupp. Die hier noch kurz rüber. Und da müssten wir jetzt in derer Anzahl... Da müssen wir jetzt in derer Anzahl normalerweise Gemüsekuchen kriegen. Übersetzt. Da müssten wir in dieser Anzahl des Wassers jetzt normalerweise Gemüsekuchen herstellen können. Manchmal rutscht es badisch raus. Meistens, wenn ich vom Einkaufen komme. Wenn ich vom Bäcker komme, ist es immer am schlimmsten. So, meine Lieben. Fupp, 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 fupp. Vogel bringen mich nicht durcheinander. Der hat mich jetzt umgedreht, gell. So, jetzt sind wir mal gespannt. Okay, jetzt fehlt noch Holz. Irgendwas ist immer. Ihr seht schon, ich muss erst wieder reinkommen. Holz. Missy. Geil, die reicht bis hier rüber. Komm, wir klauen uns mal 500 Holz. Pull dann. Entzünden. Und ab dafür, oder? So, das läuft. Hier brauchen wir uns keinen Kopf machen. Wieso ist... Ah ja, das hat er jetzt alles rübergezogen. Oh, das ist schön. Dann lassen wir das jetzt mal durchlaufen. Und für uns geht es hier weiter. Und zwar, mittlerer Steak sollte ja auf drei erhöht werden. Ich habe drei Säulen gemacht aus Stein. Wir werden wahrscheinlich oben einen Glasboden reinlegen. Habe ich auch vorbereitet. Wir gucken mal, wie weit wir heute kommen. Und schauen es uns dann vor allem erst mal an. So, die will ich gleich wieder wegräumen. Das war klar, ich bin zu schwer. Das war doch klar, dass ich zu schwer bin. Das kann aber auch sein, wenn ich jetzt einfach nur die Elektroteile hier wieder rüber räume, dass wir... Gewicht können wir noch ein bisschen tragen. Komm, wir setzen erst mal die. Ich brauche die ja gar nicht alles. Und zwar habe ich überlegt, in der Größenordnung, wo die Geschichte hier ist. Ah, da müsste ich dann noch Einser-Säulen dazusetzen. Ich mache jetzt mal an jedes Eck eine ran. Und dann gucken wir mal, ob das dann nachher zu viel wird. Hier brauche ich natürlich keine. Hier kommt eine hin. Die war scheiße. Die kann ich aber auch gleich wieder raussetzen. Muss ich tatsächlich noch eine Einser drunter klemmen. Ja, aber das ist egal. Was muss, das muss. Hier würde ich eine hin machen. Und hier. So, jetzt gucken wir uns das erst mal an. Ja, das ist doch cool. Wir können aber natürlich dann später mit großen Tieren nicht mehr durch. Und wir Pech haben, ne? Weißt du was? Dann machen wir uns ganz einfach. Ich komme ja noch ein Fahrstuhl hin und eine große Brücke. Und für die ganz großen Tiere, wie Rex und Giga und alles, was groß ist, machen wir einen Teleporter, einen Außenbereich. Und dann sagen wir mal so etwas wie ein Anlieferungsfahrstuhl, wo sie dann auch mit einem zweiten Teleporter agieren können. So stellen wir das vor. So, dann haben wir das schon mal. Ich gucke mal, ob ich Einser-Säulen habe. So viele werden es aber nicht sein. Die Dreier will ich da jetzt nicht reinhauen. Eben Fünfer. Dreier. Wie viele haben wir denn aufgebaut? Die baue ich dann noch geschwindet, oder? Das sind ja bloß zwei. Also pass auf eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und dann machen wir so zehn Stück. Die haben wir doch gleich durchgejagt, oder? Strukturen. Dein Einser-Säulen sollen es sein. Das sind die Fünfer. Das sind die Einser. Ja, machen wir mal zwölf Stück. Fub. Wenn man alles hat, ist kein Problem, ne? So, und dann bewaffnen wir uns jetzt aber auch gleich mit den Sachen hier. Die Hälfte hiervon hätte ich gerne. Und die Hälfte hiervon. Gewichtsmäßig packen wir das noch. Mache ich die Dreiecke hier drauf. Die mache ich hier drauf. Jetzt warten wir noch auf die Säulen. Gemüsekuchen läuft durch. Ja, dann gehen wir kurz rüber. Nachher holen wir uns die Schnecken. Die Schnecken kommen dann drüben hin ins Strohhaus. Das müssen wir noch ein bisschen anpassen, dass die nicht abhauen. Und ich will sie allerdings separat von den Dung Beatles. Das heißt, die werden wahrscheinlich die Strohhütte mitbewohnen. Die ist überdacht. Dann schmilzen die uns nicht weg. So, das müsste doch jetzt schon erledigt sein. Ja, Baby. Wie habe ich gemacht? Zwölf. Zwölf, zwölf, zwölf. Zwöl-höhöhöhöhöh. Wo sind sie? Ach, die müssten unten liegen. Hä? Leider. Ups, da sind sie doch. Au, Schau, Mensch. Mach die Augen auf. Wir spielen Säule und Indiana. So. Hier muss natürlich der ein oder andere Laufsteg noch dazu. Irgendwann. Bin mal gespannt, wie das aussehen wird. Alterle, was machst du denn? Hat dich das irritiert, dass da Wasser ist? Da bin ich noch nicht ganz im Klaren darüber, wie ich es will. Sonst hätte ich die Basenks da schon längst fertig gebaut, ne? Da muss ich erst noch abwarten, ob ich das so will. Oh, das sieht richtig gut aus, wenn jetzt hier noch so eine Säule bis runter geht. Guck mal. Ja, ja, das passt. Das wird. Zack. Man merkt auch schon beim Bauen, wie es tatsächlich durch diese vielen Strukturen jetzt wieder durcheinander kommt. Man kriegt aber alles noch gefangen. So, das haben wir doch schon. Perfekte Geschichte. Und jetzt müssen wir den Bereich identisch aufbauen. Was jetzt passieren kann, ist, dass ich von drüben nicht mehr rüberkomme, weil wir drüben das anders aufgebaut haben, wie die Struktur drunter. Das müssen wir uns angucken. Zur Not muss ich die Teilbereiche nochmal umbauen. Kann sein, dass ich auch das alles nochmal umbauen muss. Wir müssen auch noch hoch. Ich muss euch noch zeigen, wie es oben aussieht mittlerweile. So, jetzt muss ich einfach nur identisch hier das hier dranheben, ne? Das wäre dann... Das ist aber bescheuert, dass das jetzt hier so nicht geht. Ähm... Ne, ne. Ich wollte, dass du da rüber snapst. Machst du nicht? Machst du nicht? Wenn er es nicht macht, muss ich mir kurz Mauern holen. Der macht das schon so, wie ich das will. Es braucht nur etwas Unterstützung. Haben wir denn hier was her? Komm, dann nehmen wir die mal kurz. Nehmen wir die mal ganz kurz auf die vier. Kann man natürlich auch machen, wenn man das als... Es wäre vielleicht sogar eine Idee. Dass wir, sag ich mal, so rückwanztechnisch manche Sachen hier einfach so zumachen. Weißt du, wie ich meine? Lass das einfach mal auf mich wirken, würde ich sagen. Das würde ich dann sogar aus Holz machen, vielleicht. Warum denn nicht? Gerade so die Seitenwände, so ein, zwei so Dinger rein. Das ist wie eine Bordüre, wenn du irgendwo hinziehst, ne? Warte mal kurz. Ich muss kurz was gucken. In letzter Zeit gammelt mein Rechner wieder rum. Ne, passt alles. So. Jetzt müsste es normalerweise möglich sein, dass ich hier die Dreierdinger dran bringe. Jawohl. Lass mich gucken. Okay, wenn ich jetzt die Vierer hier ran bringe. Machst du da mit? Ja, mach da mit. Er braucht halt seine Zeit. Ich glaube, das Geilste wird sein, ich baue es von oben auf, oder? Fliege ich kurz mit dem Vogel hin. Dann wären Dreier hier wieder. Jawohl. Und was kommt hier rein? Hier müsste dann wieder eine Vierer rein, ne? Sehr geil. Vielleicht mache ich das noch so ein bisschen dunkler, dass man von oben runter gucken kann, aber von unten nicht hoch oder so. Schauen wir uns mal an. Was macht unser Gemüsekuchen? Ey, der ist schon so fast so durch wie möglich, oder? Ich bin ja begeistert. 13 Stück haben wir schon. Mit dem Topf wäre es, glaube ich, noch schneller gegangen, oder? Aber den kriegen wir erst mit Level 89. 30 hätte ich fast fast. Das sind wir nämlich schon längst. Vogel, kann es sein, dass ich das nicht packe? Also jetzt müssen wir hier einfach den Aufbau machen, den wir schon immer kannten. Kommen hier Dreiecke hin. Vier Ecke. Dreiecke. Vier Ecke. Das läuft doch. Ich habe nur wahrscheinlich nicht genug gebaut, weil ich nicht genug Materialien sorgt gekriegt habe so schnell. Das sollte aber funktionieren. Hier müssen wir jetzt ein bisschen improvisieren, weil das sind keine Säulen. Das waren immer zwei und dann wieder drei, gell? Ja. Wenn ich im Baumenü bin aktuell, so wie jetzt, da merke ich tatsächlich, dass es stottert. Also da hat es scheinbar nochmal ganz andere Performance-Probleme, das Spiel. Aber solange es nur da ist, weißt du, dann baust du das einmal auf, na, ist ja schon wieder gut. Ne, ne, hier kommt jetzt der Vierer wieder rein. Oh, vielleicht habe ich doch genug Mats. Das ist gar nicht so viel, wie ich gedacht habe. Okay, die sind schon mal leer hier. Ja, die sind schon mal leer. Da müssen wir neue holen. Oh, das wird wahrscheinlich ziemlich geil, wenn der Darkroom oben, da mache ich Metallplatten rein dann. Habe ich mir überlegt. Gucken wir uns an, der Darkroom, wie sich das anhört. Als ob da oben irgendwas verboten ist, abgeht. Aber wer weiß, was da passiert. Wir wissen es ja noch nicht. Stopp, ich muss hier rüber. Ja, schön, das passt doch genau. Können wir gleich loszischen dann. Die verbauen wir jetzt noch. Rest ziehe ich dann nach. Die habe ich auch vorbereitet. Die Leitern, die wir oben brauchen. Vielleicht können wir tatsächlich. Oh, ne. Wir haben nicht genug Mats. Ich habe es doch unterschätzt. Aber ist egal. An den Mats darf es nicht liegen, wenn man hingehen was macht, finde ich. Also bei mir nicht. Ich liebe diese baulastigen Spiele. Also ich mache mir es immer gerne baulastig. Das ist halt so meine Welt. So, ne. Die kommen hier hin. Leiden wir erst mal die Dreiecke hier geschwind einmal rum. Vielleicht können wir die Treppe aussetzen und das in der Mitte offen lassen. Das wäre natürlich auch ein Nümmerle. Dann ist das halt der Teleporter, wenn der Alter geschwindet irgendwo hin muss. Mit kleinen Tieren. Also ich bin mit dem Skorpion. Falls wir mal einen Raptor haben oder sowas. Und die großen Tiere, die kriegen den eigenen Teleporter-Bereich. Oh, das könnte reichen, meine Lieben. Ja. Fertig. Jetzt können wir die Treppe kurz holen. Dann schauen wir uns das mal eben an, ob das überhaupt reicht. Dann weiß ich jetzt endlich auch, wie hoch ich das insgesamt. Ja, weil jetzt ist es hier ein bisschen gedrungen. Ne, ist es nicht. Durch das, dass wir so das Glas gebaut haben. Jetzt wäre natürlich aber cool. Ja, die Tiere parke ich ja hier ran. Das geht. Höher will ich es aber nicht machen. Der Alterle kommt auf jeden Fall weg, wenn er hier will. Der einzige Punkt ist, wir werden wahrscheinlich mit dem AGI ein Problem kriegen. Beim Absitzen hier, ne. Müssen wir mal gucken. Fände ich jetzt aber persönlich jetzt auch nicht so schlimm. Nee, da gibt es schlimmer. Ist okay für mich. Finde ich gut. Lass mich mal gucken, wie es aussieht, wenn ich von hier reinlaufe. Ja, es ist okay. Wir könnten es höchstens noch so ein bisschen zugespitzt machen. Das wäre noch eine Idee, dass wir den Innenbereich hochsetzen und dann mit Schrägrampen nochmal runter. Das wäre eine Möglichkeit. Aber jetzt gehen wir mal ganz kurz was gucken. Das ist jetzt viel wichtiger, ob das überhaupt funktioniert, was ich machen will. Ihr müsst jetzt hier rüber. Du musst hier rein. Wo haben mich die Dinger hergestellt? Kurz muss ich schauen. Ich habe die, glaube ich, hier reingeschmissen. Ja, hier sind sie. Das sind auch viel zu viele. So, und da kommt natürlich noch eine Rampe hin, beziehungsweise einen Überweg. Es kann sein, dass ich das vielleicht doch anschräge. Aber das lasse ich mal auf mich wiegen jetzt. So, und das haben wir doch schon festgestellt, dass das geht, ne? So war das. Ich will nur mal gucken. Wenn wir das so machen, wäre eine Idee. Und da haben wir ja dann auch die Möglichkeit, so eine Art... Aha, ich habe jetzt leider keine Glaswalls. Sonst könnte man das jetzt auch noch abschätzen. Pass mal auf. Ich gucke mal, ob ich noch genug Mats habe. Ich glaube es aber nicht. Das war fehlermäßig. Hier darf es denn jetzt, sonst heizt es sich nicht da oben rein. Glaswalls, Glaswalls haben wir bestimmt keine mehr. Das wäre aber die einzige Ware jetzt. Metallwalls will ich keine. Ich will aus Glas. Und das will ich so einfärben, wie ich es will. Ne, wenn ich welche bauen kann, ist ja nur mal zum Testen. Wir gucken mal, wie viele gehen. Hole ich halt Material nach. Structures, Glas, Wall. Das ist das Window. Das ist... Das ist... Haben wir die Walls überhaupt schon freigeschalten? Ja, haben wir. 30 wäre geil. 6 Stück, die reichen zum Antesten. Müssen das alle fahren. Weißt du, ich will da so eine Art Treppenhaus dazu machen. Ich bin aber gerade auch immer überlegen, ob es nicht vielleicht geiler wäre, wenn ich da eine kleine Blatt... Wir bauen wahrscheinlich einen mittleren Fahrstuhl ein. Mit einem kleinen Fahrstuhlschacht. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit den Treppen gleich gut aussieht. Wir gucken es uns an. So. Im Moment muss ich noch so hoch, weil ich noch keinen Überweg gemacht habe. Das traue ich mich jetzt noch nicht. Weil ich glaube noch nicht, dass wir da neu ansetzen müssen für ein Treppenhaus. So, hier kommt es sehr rein. Das heißt, wir werden insgesamt das Ding dann hier so zumachen. Ich mache jetzt mal nur eine Seite. Weil ich noch zu viele Elemente habe. Machen wir mal den. Den will ich weg, ja. Hast du jetzt das Treppenhaus, äh, das Treppenelement weggesetzt? Durchs Glas durchgeschossen? Das ist halt mein Alter. So machen wir das wahrscheinlich, meine Lieben. Ja, das sieht aber gut aus. Die Frage ist jetzt natürlich, das müssen wir ganz kurz gucken, ob das da raushängt. Ja. Wenn die Treppe nämlich durchguckt, können wir es vergessen, dann will ich es nicht. Ah, die guckt durch, gell? Ja, die guckt durch. Also, nochmal anders. Wenn wir uns hier einen Fahrstuhl reinbauen. Wo snappt denn dann der... Das habe ich jetzt nicht, die Matz, gell? Wir bauen hier einen Personenfahrstuhl rein, wo der Alterle dann hochfahren kann in seinen Aquarienbereich und zu seinen Trophäen. So machen wir das. Das heißt, ich muss aber hier dann jetzt auch im 70er-Bereich kurz das Zeug freischalten. Punkte haben wir ja genug. 70, oh ja, 70. Jo, Fahrstuhl geht immer. Aufzugsschienen brauchen wir auf jeden Fall. Und die kleine Aufzugsplattform. Ähm, genau. So, machen wir das, meine Lieben. Jetzt muss ich mal kurz was gucken. Einschalten. Elektrisch. Wo waren die denn immer drin? Herstellung, Kochen, Navigation, Struktur. Navigation war es nicht, gell? Herstellung war es auch nicht. Ah ja, bei Strukturen, glaube ich, war es drin. Elektrische Strukturen. Ne, da sind die Sachen drin. Hä? Was ist denn das hier? Kochen? Ölpumpe? Was ist denn das? Windturbine? Keine Ahnung. Ähm, Nummer spaßhalber eins hätte ich schon gern hergestellt. Elektronik 20 und Polymer. Kriege ich 20 Elektronik aufgebaut? Ja. Polymer haben wir normalerweise vorne. So, meine Lieben. Und dann gehen wir los, holen die Schnecken ran. Zwei Stück waren ja in dieser einen Höhle drin, ne? Elf Polymer bloß noch? Boah, ich habe jetzt aber null Bock, Polymer zu besorgen, gell? Dann machen wir das halt jetzt auch nicht heute. Dann machen wir das auch noch beim nächsten Mal. Ey, wo habe ich das Polymer hingeschleift? Ich dachte, dass wir da noch viel mehr haben. Ich glaube, ich habe irgendwas gebaut damit, ne? Ja, ist ja kein Problem. Geht mal kurz in den Bienenstock und dann passt das wieder, ne? Es sei denn, ich kann hier... Ich will ja nur eine. 24 Polymer, aber ich glaube, ich habe Dingskans mehr. Ja, fehlt Opsi. Also, dann bauen wir aber da oben einen Personenfahrstuhl rein. Machen einen schönen Fahrstuhlschacht. Schön ausgeleuchtet mit der indirekten Beleuchtung. Und dann kommst du in den Dunkelbereich, der dann auf Höhe von dem Tor eine Decke über den Turm zieht. Und dann sieht es hier unten mit Sicherheit gut aus. Außen habe ich auch noch ein paar Sachen vorzuverändern. Also, dass wir jetzt nicht nur Steinplatten hier haben. Da werde ich auch noch mit Säulen, mit Holzsäulen wahrscheinlich ein bisschen was integrieren. Das lasse ich mir dann einfallen. So, meine Lieben. Dann war das schon mal die Geschichte. Einen Checker würde ich noch gerne machen, bevor wir aufbrechen, dass ich auch sicher bin, wie ich das jetzt machen muss oder ob ich umbauen muss. Wir nehmen uns mal kurz... Was haben wir denn hier? Nehmen wir mal die Glassealings. Einfach sehen wir dann auch gleich, ob das was taugt. Und oben muss ich euch noch zeigen. Hier habe ich jetzt... War da ja dabei. Hier haben wir die Blueprints drin. Ich habe die Kisten von Strohhäusl rübergeholt. Fragmente, Bücher, Rezepte und so. Und hier habe ich noch mal die Sachen drin. Und da drüben sind auch noch mal Schränke. Da gehen wir jetzt auch gleich rüber. Was wollte ich jetzt hier oben machen? Gucken, ob ich einen Überweg hinkriege. Ursprungsidee war so. Weißt du was? Damit kann ich super leben. Das sieht ja super aus. Ei, das sieht ja super aus, die Galle. Von wo habe ich das jetzt? Vom Schmiedenplatz. Da muss ich es vom Küchenplatz auch noch machen, ne? Komm her. Oh ja, das kommt gut. Hä? Ne. Das ist nicht der Küchenplatz. Warte mal, irgendwas läuft jetzt hier gewaltig schief. Doch, das müsste normal der Küchenplatz sein, oder? Wir haben doch beim Küchenplatz, haben wir eine Einsermitte. Wie habe ich denn das gemacht? Das ist nicht der... Kurzer Moment. Ich habe es gleich. Die Schmiede hat... Ach ja, ich habe gedacht, ich habe da drüben bei der Küche jetzt zwei. Ne, ne, passt alles. Ich habe gedacht, ich habe zwei aufgebaut. Das ist aber nur eins. Passt schon. Gefällt mir super. Gefällt mir super. Auch weil das hier so rein ist, finde ich cool. So, pass auf. Hier habe ich dann die Schränke hin. Da ist jetzt momentan noch nicht die größte Ordnung drin. Ich habe es auch noch nicht beschriftet. Hier habe ich immer meine Waffen drin. Die nehmen wir jetzt natürlich immer mit. Ich habe die ja ausgezogen gehabt. Die machen wir jetzt hier wieder drauf. Warte mal, das mache ich hier. Nur, dass es mal so ganz grob eine gewisse Ordnung hat, ne? Warte mal, ne. Das war schon richtig. So, so. Dann haben wir hier normalerweise Munition drin. Dann nehme ich auch immer alles mit. Und dann geht es hier vorne weiter bei Werkzeuge, richtig. Und da räume ich das jetzt in Zukunft immer so ab. Da kommen dann noch die Kettensäge rein und so. Und dann geht es hier weiter. Haben wir unsere Rüstung drin. Hier habe ich jetzt aktuell noch nichts drin. Und dann geht es dann so weiter. Wird schön in Ordnung halten, ne? So, meine Lieben. Komm, Gemüsekuchen geschnappt. Die zwei Bälle geschnappt. Jetzt sehen wir schon mal, ob ich mich zurecht finde. Besser als vorher. Ganz klarer Fall. So, meine zwei Potts. Das heißt, zwei Schnecken können wir mitnehmen. Und hier würde ich sagen, schnappen wir uns den Gemüsekuchen. 13 Stück. Was würde denn fehlen für noch mehr Gemüsekuchen? Okay. Harz. Ja, dann muss ich halt einmal kurz in Redwood. Da holen wir uns da manchmal den Harz-Sammler die Tage mal. Und dann passt das. So. Nehme ich ihn jetzt mit? Das Vögele, oder? Aber den großen. Ah, den nehme ich mit. Essen, trinken habe ich dabei. Passt alles. Ey, das wird gut. Das wird schon gut. So. Hä, die schaffen wir doch jetzt nochmal mal länger. Dir fehlt der Sattel. Ich habe es vergessen. Es tut mir leid. Ich habe das umgeräumt beim Rüberfliegen. So, Süße. Frage. Hast du noch was eingeladen? Ne. Brauchst du ein bisschen Fleisch? Ein bisschen vielleicht. Dass wir was im Futtern haben, als wir jetzt unterwegs sind. So, Leute. Ich freue mich jetzt, dass wir die Schneckis holen. Eine wäre zwar gleich hier drüben auch gewesen. Bei den Bibern. Wow. So, und hier haben wir das Problem tatsächlich. Und das weiß ich halt noch nicht, ob mir das so gefällt. Ne, wir kommen runter. Das wusste ich jetzt nicht. Drüben geht es nämlich nicht. Auf der anderen Seite. Das ist aber cool. Den müsste ich allerdings dann ein bisschen größer einstellen. Ähm, Settings. Bubble Size Mittel. Dann. West, ne. Ost, Biegenkäf, Öl, West. Absolut cool. Absolut cool. Fällt mir. Aber den Fahrstuhl brauchen wir oben. Scheiße. Hast du mich beglaut? Kann sein. Ich habe es nicht so richtig mitgekriegt. Außerdem bin ich gar nicht da, wo ich sein will, ne. Herr West, ich muss ja nach Ost. Kurzer Moment. Kurzer Moment. Man könnte sagen, ich habe mich ferteleportet. Hey, wir wollen ja nach Ost. Ah, die hast aber auch nichts gesagt, ne. Ich dachte gerade, wo ich ankomme, sieht es nie aus. Und dann gleich in Angriff. Hä, kann doch gar nicht sein an der Stelle. So, mein Süßerle. Ähm, das war der Haupteingang. Wie sind denn wir das letzte Mal? Waren die Schnecken hier drin? Komm, wir fliegen mal kurz durch. Das Ding haben wir ja sauber gemacht. Ach, Tina. Zeig dich, wenn du hier bist. War das hier drin oder in der anderen drüben? Wir nehmen ja alle mit, die wir jetzt finden. Ich muss halt trotzdem gucken, kann ja auch was nachspawnen, ne. Ich glaube, die waren weiter unten, gell? Gell? Schön wird es mit dem Turm. Wenn das mal oben dann zu ist und du hast praktisch so ein Darkroom, wo du mit einem Fahrstuhl reinfahrst. Absolut göttlich. Und dann müssen wir halt hoffen, dass die Aquarien top aussehen. Wir müssen ein paar Pflanzen reinbringen, die leuchten. Und die Glowtails werden den Bereich bewohnen. Vielleicht holen wir uns irgendwann noch so auf Heather Light. Ach, jetzt kann ich ein Fragment nochmal mitnehmen, wenn wir schon hier sind. Jetzt erinnere ich mich auch, wo die Schnecken waren. Hier nämlich. Machen wir auch. Nehmen wir mit. So. Die müssten ja reichen, die Gemüsekuchen, oder? Schneckchen Nummer 1. Ach, scheiße. Ich habe vergessen. Ich muss die betäuben, gell? Habe ich vergessen? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel brauchen denn die. Ich dachte, das wäre passive Zähmung. Kurz ein Moment. Die Schaumui geschwind rein. Mit der Flinte dürfte doch das normalerweise kein Problem sein. Achatina. Achamacha. Sollen wir mal, es wäre eine 150er. Schaumamui. Die hat auf jeden Fall eine Hitbox am Kopf. Angeblich müsste ich mit vier Dingern zurechtkommen. Das heißt, wenn ich die Kleine jetzt schieße, müsste ich aber erstmal mein Agi außer Betrieb nehmen. Ähm. Verhalten. Passiv. Die kann ja jetzt auch nicht so schnell sein, oder? Ich mache mal die Kleine als erstes und gucke mal, ob die Große damit angreift. Oh, das ging aber arg schnell. So. Machen wir die Hälfte rüber. Und dann machen wir die hier noch gleich. Auch Kopftreffer, würde ich sagen, oder? Einer. Mit vier müssten die eigentlich... Zwei. Waren das keine passive Zähmungen damals? Stimmt, ich habe die immer nicht nur in der Box gehabt, gell? Ich erinnere mich gerade so ganz schwach. So. Lege Nahrung zum Zähmungsinventar. Ist drin. Jetzt. Wie jetzt? Das ist bewusstlos, den geht aber schnell ab hier. Kann sein, dass ich mich kurz heimpotten muss. Und Narkosemittel hole. Habe ich jetzt überhaupt nicht mehr dran gedacht, dass die vielleicht aufwachen können, Leute. Da steht, die Betäubung dieser Kreatur verringert sich langsamer als die der meisten. Da habe ich jetzt aber gerade nicht das Gefühl. Och Gott, schön. Guck mal. Hier ist ja nochmal ein Frischling gespawnt. So wie das hier aussieht, werden wir die wahrscheinlich nicht kriegen, Leute. Das erinnert mich jetzt aber. Guck mal, ich probiere mal noch hier ein bisschen was abzustauben. Weil wenn der nachgespawnt ist, ist dann auch der andere nachgespawnt, oder? Vielleicht der gefährliche hier. Muss ich ein bisschen aufpassen. Irgendwas stand da auch in der Dododex. Das wäre angeblich gerade ein Bug, dass es mit dem Zähm nicht so toll funktioniert oder irgendwas. Ich habe mich nur nicht genau darum gekümmert. Aber die wachen mir ja gleich auf, die Schnecklern hier. Bei dem geht es. Die da hat einen ziemlich schnellen Ablauf gehabt. Jetzt scheint es sich gerade so ein bisschen zu akklimatisieren, ne? Ja, jetzt bleibe ich mal dran. Das wird schon gehen irgendwie. Die 25er, die müsste ja normalerweise mit dem ersten Mal futtern gezähmt sein. Hier kriege ich doch Bären. Jetzt bin ich schon wieder am Bärenfahren. Daheim ist alles. Wir haben bald tausend Narkosemittel zu Hause. Da haben wir sie schon, die erste. Sehr cool. Jetzt fehlt uns noch Ihmchen hier. Ja, jetzt geht es. Gerade eben ist der Timer abgegangen mit Zau, gell? Aber bevor die mir meinen ganzen Gemüsekuchen futtert, Schneckle. Äh, so. Ne? Du bist ja gezähmt. Jo. Dann gibst du das deinem Kollege. Ich weiß ja nicht, wie viel der Große braucht. So. Die hat jetzt gefuttert, gell? Oh ja, die braucht eine Weile. Ja, die warte ich jetzt ab und dann schleife ich die Viecher dann heim. Dann lasst uns morgen, lasst uns morgen noch einmal an der Base oben uns um diesen Aufgang kümmern mit dem Fahrstuhl. Ich besorge die Materialien. Und dann können wir anfangen, uns langsam um die Y von X zu kümmern. So machen wir das. So machen wir das, meine Lieben. Schneckle 1, Hammer. Alter, schleim die. So machen wir das. Dann haben wir morgen die Schnecken. Dann bringen wir die rüber. Kann aber sein, dass ich die in der Nähe der Küche irgendwo hinstelle. Dass die nicht bei den Dunk Beatles da auch umsausen sollen. Ja, das machen wir so. Ich will die alle am Tour machen am liebsten. Und die Dunk Beatles, die können wir von mir aus rüber. Dann machen wir die Fijomias in die alte Scheune. So. Meine Lieben, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf morgen. Bis dann. Ich hoffe, das ist eine gute Idee.